So kurze Planänderung, ich mach vielleicht lieber doch erstmal, wow gee, life's a beach. Bein' real OG, I really ain't into rap no more, I'm more into that hardcore gangster shit. Well that's me, homie, that's me, OG Lok, baby. Yeah, yeah, for sure, but I only like them if they rhyme real well, you know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talkin' about, love for your homies, now check, I caught me a real fly sound system, cruising through the drive-thru, I think they headed down to the beach, for a beach party, now check this out, I roll with you, and on the way, Oh she's got a blue free stance, it's OG Lok in the place, you don't want to stop me with the gunnafiden, yeah, 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 man, let's shut the fuck up, maybe I need to do this all, I believe in you, gangster for life, homie, for life, yeah, for life, homie. Also gut, dann holen wir uns einfach mal die... Fuck, du, nein, mama, ich bin unschuldig. und schießt ihr mich ich habe nichts verbrochen in der Zwischenzeit wo wir in der Tod waren auch Menno ich bin doch ich hab nichts verbrochen dann bin ich jetzt ganz ruhig auf den Bürger steigt ja achten solche das war jetzt dahin würde bei der Beat party bis sprich mit der Tieter ja haben wir es jetzt ich würde es tun gut ja ok mal gucken erreichen wir es 2.5 um zu gewinnen zu erreichen ok wie mache ich das jetzt die 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 alle die 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 wo sie zerstört oben und rechts links ok rechts Also bitte... Nicht nur für mich. Zeit to learn us a little Checking you out, man Checking you out, man Checking you out, man Wahrscheinlich Oh, Alter, geht das ab hier Alter 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 Hoh-ohm-rechts-was? Das Laberstuhl Alter Boah, Alter, wie lang geht das? Lied noch Oh yeah, 4.800 Punkte Wir sehen doch gut Okay, bleiben wir ruhig Klaue den Sound-Bad Okay Er klopft die Anlage! Jawohl! Tschüss, glaub ich, die Anlage! WOOOOO! Und die Pull-Dock dazu! Klar, das kann auch nur gut gehen Oh LOL Los Nein 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 Oh Gott Okay, gut Die kommen, die kommen, die kommen Los, los Fahr da hoch Fahr da hoch Fahr da hoch Oh gut Okay Wir kriegen's denn Links, 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 links Rechts, 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 rechts Okay, alles gut Wir sind noch nicht hinter uns her Das finde ich schon mal sehr beruhigend Hup Okay, und Vollgas Jetzt fahren wir einfach mal hin, wo wir hinmüssen Wo müssen wir denn hin? Keine Ahnung Alter! Geht's noch? Was ist das für ein Assi? Junge Lass mal Lass mal Lass mal Ich will doch nur da lang Danke Oh oh Alter, ich muss hier grad mal ein bisschen hantieren Ha 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 Nun Ich bin schon da, fast Wo ich wieder so wacke Weg da Boah Man, das war doch mal Hammer Rein mit der Anlage, die schon halb demoliert ist Und aussteigen Und umdrehen Und weglaufen Und gucken, dass uns jetzt nicht mehr verfolgt Mission erfüllt Gab nur Respekt, mehr nix Dann gehen wir wieder so Der alten Karneval Frisur hier Nein, keine Taximission Können wir mal später machen Oder wenn ich AFK bin Oder wenn ich grad nicht aufnehme Können wir in Ruhe Die ganzen Aufgaben machen Also Polizeivision gibt's ja Alles gibt's ja Hier Oh, jetzt durch jetzt Man muss immer leider außen rum So Oh Ja, Rotfahren Erlaubt Übergrünfahren Erlaubt Ja Wow Jetzt kommt der wieder Was fehlt der Wow Fuck die auch mal Fuck die auch mal jetzt hier So OG By Bester Mentox Rhymes Du 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 Ey 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 It's OG Loke homie And I'mma kick a lil' somethin' like this Ey yo When I come through Up in the place You don't want me to call With a gun in your face I spit a hotter Than anybody in the world could do Yo That shit sucks Damn Damn My shit was whack Ey what's happening Loke Hey Carl What up man Ey dude You ever thought about getting a writer To help you out with this shit Yeah I did But who homie Who Shit I ain't in a rap game You know that ain't my thing But um We have to think about something Man How about If I get somebody to write something for me Only they didn't know about it What I think I just might have found a dose writer I become the Besider All nighter All writer Mad dogs rhyme book From his home in the hills Mad dogs rhyme book Man you said you helped Carl Come on man I'm hot like fire All nighter All writer I do anything homie I swear that Okay Putz einfach weiter Bleib nicht ruhig Reg dich nicht auf Bewege einfach die Arme ganz sanfte mit dem Besen Du Arschkarnacke Alter Er hat ja auch nicht mal alle Tassen im Schrank So wir fahren zu Mad dogs Wir laufen müssen da noch mal ganz schnell was holen Ich hoffe die Folge weg nicht so lange Sonst muss ich da wirklich ne Menge hochladen So eine Weile Wiener Mieter City Besonderes Elf zu sich will auch ganz normal Aber Katie ist hier ist es auch cool So geht man schlecht auf mich Schöne Rapier Wer von euch hörte schon Rap, das würde ich gerne mal wissen Durch den Schuhern Schützer her sich kann einstrebig ausstehen Warum ich hab nix dagegen aber Es bewegt mich nicht so, wir wollen jetzt nach oben da gibt es einen ganz einfachen Weg weil ich hab GTA schon mal durchgespielt aber ich will es einfach nochmal zusammen mit euch machen und ja boah dieser Weg ist richtig scheiße, der ist nicht mal gesichert das heißt, wenn sich jemand anbitcht fliegst du auch runter so, ich darf doch hier mal, ich hab ja wenigstens Zugriff drauf und jetzt da hoch 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 ein bisschen Speed nehmen und hoch da ok da oben haben wir es schon wir wollen mal gucken, wie weit ist es noch da oben ist es schon, perfekt den habt ihr auf der Rückseite der Wind so, dann fahren wir mal hier mit dem Auto runter erst parken wir das noch hier irgendwo irgendwo da, wo es gut ist am besten hier, hier kann man es gut parken und kann man es schnell abhauen gut, dann gehen wir mal rein die Mission, die macht mir schon ein bisschen mehr Druck als ich dachte so, Maddox Bude das Fersbroch ist in Nettox Aufnahmestudio Leibwächter patulieren in der Wille setze hier keine Schusswachen ein sonst alarmierst du sie schlech dich unbemerkt rein und klau das Buch der erste Wann kann ich nicht zählen du kannst dich also mit einer Nahkampfwaffe heranschlechen und ihn unbemerkt ausschalten hab ich überhaupt eine Nahkampfwaffe so, ich habe eine Nahkampfwaffe ist er tot? er lebt noch, aber ich will ihn ist er tot? anscheinend, okay dann gucken wir mal ein Mach-Mark patuliert im Bereich des Pools wenn du seine Rute beobachtest kannst du planen wie du ihn unbemerkt umgehen kannst gucken wir mal dann läuft der so, einfach mal folgen ganz vorsichtig das ist ein Pool? Alter, sie hat ein Klärwerk lehrwerk ganz vorsichtig ein wachmann kommt na scheiße suchte ein geeignis perfekt fertig bemerkt sucht nach einem bereich wo es schatten gibt wenn das weiß ich wohl auf dem radar ist dann okay okay anscheinend kommt er jetzt sehen wo er lang kommt muss jetzt gleich da sein umgehen umgehen ich will eigentlich wenn du hier einfach auf dem warme vorbei bis zieht er dich nicht ob ich schon gerne war vorbeiratet das ist Prozent okay geduckt und dann okay da ist der muss zunächst erst eine Panzerung die ist auch da ist wo auch keine Panzerung und Prozent und er ist tot oder er ist tot wo ist das Versbuch da ist es da ist das Buch jetzt kannst du deine Waffen einsetzen wo es wahrscheinlich weniger es könnte ich dich und bemerkt dran vor Ort aber keine Waffe hallo hallo scheiße lauf 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 doch ich renne lauf doch schneller oh Gott ey das kann ja nur was heißen slay so ja ich sehe ja und wir mit Vielen Dank.